Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung Gesetz zum Staatsvertrag zwischen Hessen und Bayern, Drucksache 20-6988. Ich darf zur Einbringung Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort erteilen. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Gesetzentwurf dient dazu, ein einheitliches länderübergreifendes Planfeststellungsverfahren für den Neubau der Grenzwaldbrücke im Zuge der Bundesautobahn 7 sicherzustellen. Das soll gewährleisten, dass das Baurecht für diese dringend erneuerungsbedürftige Brücke zwischen Hessen und Bayern so zweckmäßig und effektiv wie möglich geschaffen wird. Zwar ist es grundsätzlich auch möglich, die Errichtung oder Änderung eines grenzüberschreitenden Straßenbauvorhabens im Wege zweier getrennter Verfahren durch die jeweils zuständige Planfeststellungsbehörde genehmigen zu lassen. Die Planfeststellung würde sich dann jeweils nur auf den Teil des Vorhabens auf dem eigenen Hoheitsgebiet erstrecken. Aber diese Vorgehensweise birgt das Problem von Koordinierungsschwierigkeiten, wenn Änderungen am Projekt nötig werden, die in zwei Genehmigungsverfahren dann wieder eingebracht werden müssen. Auch besteht bei potenziellen Klagen gegen die Zulassungsentscheidung das Risiko, dass die beiden Projektteile unterschiedliche rechtliche Schicksale erleiden – so will ich es einmal ausdrücken –, und dies gilt es zu vermeiden. Bayern übernimmt das Projekt, weil das zu ersetzende Brückenbauwerk selbst vollständig auf bayerischem Gebiet liegt. Auf hessischem Gebiet sind alleine Streckenanpassungen über rund 800 m erforderlich. Bayern ist mit der Brücke selbst bestens vertraut. Die Streckenanpassungen sind zwangsläufig Folge der Brückenerneuerung. Ich will vielleicht noch generell etwas zur Situation der Brücken in Hessen sagen. Wir sind für die Bundesautobahnen seit einem guten Jahr nicht mehr zuständig. Aber wir haben in den letzten Jahren davor und auch jetzt immer noch für die Bereiche an Bundes- und Landesstraßen, für die Hessen Mobil weiter zuständig ist, die Sanierung der Straßen und die Aufrechterhaltung funktionstüchtiger Verkehrswege zum zentralen Thema im Bereich des Straßenbaus gemacht, und zwar seit 2014. Deswegen haben nicht nur die Autobahnbrücken in Bayern, sondern auch die in Hessen einen erheblichen Sanierungsbedarf. Das ergibt sich aus der Altersstruktur der Brücken, die zu 60 % älter als 50 Jahre alt sind und zumeist aus den 60er- und 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. Damals steckte der Spannbetonbau noch in den Kinderschuhen. Die Brücken sind zudem vielfach Tausalz geschädigt. Erschwerend kommt hinzu, dass in den vergangenen Jahrzehnten eine erhebliche Zunahme des Schwerverkehrs zu verzeichnen war, die bisher jedenfalls ungebrochen weitergeht. Deswegen müssen zahlreiche Brücken instand gesetzt oder nach Planungsverfahren durch neue ersetzt werden. Im Netz der Bundesfernstraßen in Hessen befinden sich rund 3.500 Straßenbrücken, davon rund 1.500 Autobahnbrücken. Die Grenzwaldbrücke an der A 7, über die wir heute hier reden und worüber wir uns mit dem Freistaat Bayern über einen Entwurf eines Staatsvertrags geeinigt haben, liegt unmittelbar südlich der Landesgrenze zwischen Hessen und Bayern. Sie stammt aus dem Jahr 1968. Sie erstreckt sich über 935 m bei einer Höhe von bis zu 96 m. Die Brücke ist erheblich schadhaft und muss daher in den nächsten Jahren ersetzt werden. Die Planung der Brücke und der Streckenanpassung wird verantwortet durch die Autobahn GmbH des Bundes, die uns mitgeteilt hat, dass die voraussichtlichen Kosten für den Neubau der Brücke 225 Millionen € betragen. Darin enthalten 20 Millionen € für die erforderlichen Streckenanpassungen. Die Kosten werden vom Bund getragen. Ich freue mich auf die weitere Diskussion und bin zuversichtlich, dass auch dieser Gesetzentwurf wie schon damals das Begleitgesetz zur Mainbrücke Mainflingen letztlich einstimmig angenommen wird. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. – Der erste Redner der Aussprache ist der Kollege Markus Meysner für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben es gerade von unserem Minister gehört, dass es sich hier um eine rein bürokratische Formalie handelt. Klar ist, dass die Grenzwaldbrücke der BRB 7 neu gemacht werden muss. Sie liegt auf bayerischem Gebiet. 800 m, haben wir gerade gehört, nördlich der Brücke ist auch das hessische Gebiet betroffen, sodass wir – genau da hinten, eine schöne Gemarkung, absolut –, um die Zuständigkeit für die Planfeststellung des Vorhabens auf hessischem Gebiet auf die bayerischen Behörden zu übertragen, bedarf es dieses Staatsvertrags. Damit der Staatsvertrag in Kraft treten kann, ist in Hessen die Verabschiedung des vorliegenden Begleitgesetzes notwendig. Ich bitte Sie daher um Zustimmung. Ich bin in der weiteren Debatte auf den wichtigen Grund gespannt, warum diese rein bürokratisch notwendige Angelegenheit der parlamentarischen Debatte bedarf. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Weißner. – Nächster Redner ist der Kollege Dr. Naas für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beraten heute über den Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Freistaat Bayern. Es geht konkret um den geplanten Ersatzneubau der Grenzwaldbrücke an der A 7, also Fulda, Bad Brückenau. Die Brücke liegt auf bayerischem Gebiet. Das hat der Kollege eben schon gesagt. Aber sie wirkt sich in ihrem nördlichen Teil auch auf das hessische Gebiet aus. Dem Gesetz – ich nehme es gleich vorweg, Herr Staatsminister, seien Sie beruhigt – kann man natürlich nur zustimmen. Es ist gut, wenn der Bund endlich in die Infrastruktur investiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in die Autobahnbrücken zu investieren, ist auch dringend notwendig. Das wissen wir spätestens seit der Sperrung der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden. Da haben Sie großes Glück gehabt, Herr Minister. Nicht nur, dass die Brücke gerade so standgehalten hat. Sie hatten auch Glück, weil Sie danach auf die formelle Nichtzuständigkeit verweisen konnten. Sie haben es auch heute wieder betont. Es ist die Autobahn GmbH des Bundes seit dem 01.01.2021 zuständig. Der Bund hat natürlich in diesem Fall der Salzbachtalbrücke auch die Suppe ausgelöffelt. Das kann man klar sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will deswegen die Gelegenheit, Kollege Meysner, nutzen, einmal die Straßeninfrastruktur des Landes in den Blick zu nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Autobahnen ist das Land nicht mehr zuständig. Das erwähnt der Minister immer und oft. Aber er vergisst im gleichen Atemzug zu sagen, dass das Land nach wie vor für die einfachen Bundesstraßen zuständig ist und natürlich für die Landesstraßen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Minister, sind Ihre Landesstraßen. Seit acht Jahren ist Tarek Al-Wazir jetzt Verkehrsminister. Man muss konstatieren, seit acht Jahren bleiben die Investitionen in den Landesstraßenbau, und damit sind natürlich die Straßen gemeint, hinter den bilanziellen Abschreibungen zurück. Wenn ich den Zahlen von Minister Boddenberg Glauben schenken darf, dann sind die jährlichen Abschreibungen über 200 Millionen €. Die jährlichen Investitionen belaufen sich jedoch nur auf rund 190 Millionen €. Das ist ein Sollansatz. Da weiß man noch nicht, ob das Geld wirklich ausgegeben wurde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss man kein großer Volkswirt sein, um zu erkennen, dass das eine schlechte Entwicklung ist. Wir leben von der und aus der Substanz. Das ist Fakt, und das hat zur Folge, dass die Landesstraßen weiter verfallen. Daran ändert auch der schöne Slogan Erhalt vor Neubau nichts. Denn es wäre ehrlicher zu sagen, weder Neubau noch Erhalt, und das trotz Rekordsteuereinnahmen. Lieber Herr Minister, dass es um die hessische Infrastruktur nicht gut bestellt ist, das kann man relativ einfach belegen, auch ohne die Zahlen von Herrn Kollegen Boddenberg, und zwar nicht anhand von externen Studien, denn denen trauen Sie ohnehin nicht, Herr Minister, sondern anhand der Zahlen aus dem eigenen Haus. Die Zahlen sind in vielen kleinen Anfragen veröffentlicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im März vergangenen Jahres waren in Hessen 37 Brücken aus Sicherheitsgründen für den Lkw-Verkehr gesperrt. Im Dezember letzten Jahres waren es schon 41, Tendenz steigend. Ich kann Ihnen jetzt die Liste vorlesen. Ich habe sie hier. Es ist eine wirklich interessante Liste, und es betrifft, glaube ich, viele Landkreise. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind Brücken dabei, wo keine Fahrzeuge über drei Tonnen mehr drüberfahren dürfen. Aus der Anfrage geht auch hervor, dass 10 % der hessischen Brücken laut Ministerium als dringend sanierungsbedürftig eingestuft sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind über 400 Brücken in Hessen. Aber das Ministerium sieht bei manchen dieser Brücken – Zitat – keinen dringenden Handlungsbedarf. Ich sage Ihnen aber, wenn eine Brücke so schlecht ist, dass nicht einmal ein Krankenwagen drüberfahren darf, dann ist in der Tat dringender Handlungsbedarf. Herr Minister, meine Damen und Herren, Hessens Brücken sind in einem schlechten Zustand. Wenn Sie diesen Trend nicht brechen, wird es für die Lkw-Fahrer in Hessen bald sehr eng werden, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Herr Minister, deswegen, Herr Minister, die Autobahnen sind Sie gerade noch an den Bund losgeworden. Aber bei den Landesstraßen dürfen Sie hier keine Ausreden mehr machen. Da werden wir Sie an Ihren Taten messen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. – Nächster Redner ist der Abg. Gerntke für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Tat sind wir uns, glaube ich, weitgehend einig, dass das konkret in Rede stehende Gesetz durchaus gemeinsam beschlossen werden kann. Darum geht es offensichtlich nicht. Die FDP will hier eine Grundsatzdiskussion führen. – Das wollte ich auch gar nicht kritisieren. Wenn man zu diesem Sachverhalt etwas zu reden hat, dann kann es eigentlich nur die Grundsatzdiskussion sein. Da beschwert sich die FDP darüber, dass zu wenig in die Infrastruktur investiert wird. Dafür müsste man sich doch auch darüber auseinandersetzen, warum denn zu wenig in die Infrastruktur investiert wird. Fast alle hier im Hause haben gemein, dass sie sich für die Schuldenbremse engagiert haben. Fast alle Finanzminister, ob im Bund oder im Land, haben sie jetzt auch gemeint, dass sie versuchen, diese Schuldenbremse zu umgehen, um die Probleme, die sie gemeinsam geschaffen haben, diese Probleme jetzt einigermaßen lösen zu wollen. Aber ganz grundsätzlich kann man doch sagen, diese Politik, die dazu führt, dass hier die Brücken bröseln, ob es nun eine bundesweite Frage ist bei Bundesautobahnen oder ob es Bundesstraßen oder Landstraßen sind. Also je nachdem, wer hier die Verantwortung hat, kann man doch sagen, eigentlich ist die Politik relativ klassisch, dass sie nämlich gemeinsam zu verantworten hat, dass hier Sparpolitik betrieben worden ist, und das auf Kosten der Infrastruktur, wohlgemerkt nicht nur auf Kosten der Infrastruktur der Autobahnen und Straßen, sondern zugleich ist die gleiche Politik gegenüber dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr betrieben worden. Es ist hier zu Recht auch vom Minister gesagt worden, und eine weitere Ursache ist doch der gestiegene Verkehr und insbesondere der gestiegene Schwerlastverkehr, der dazu führt, dass die Autobahnen in einem maroden Zustand sind. Und da wäre ja wohl die erste Maßnahme, dafür Sorge zu tragen, dass Transporte von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Auch dazu sind aber keine Beiträge geleistet worden, sondern gleichzeitig ist die Schiene noch mehr vernachlässigt worden, als es die Straßeninfrastruktur gewesen ist. Und das Resultat sind eben entsprechende bröselnde, bröckelnde Brücken. Und diese bröselnden Brücken sind dann eben auch sinnbildlich für eine bröselnde, bröckelnde Infrastrukturpolitik sowohl der Landes- als auch der Bundesregierung und der Beteiligung der verschiedenen Parteien, einschließlich der FDP, die auch immer mal wieder mit dabei war und eben auch an der Sparschraube mit gedreht hat. Wir brauchen insgesamt Investitionsprogramme für einen ökologischen und einen sozialen Ausbau des Nah- und Fernverkehrs, und zwar mit Priorität eben Schienenverkehr. Das wäre eine Lösung. Aber hier machen Sie im Prinzip ja eine Politik des Weiter-sohs über Jahre und Jahrzehnte. Und dann muss man sich eben auch nicht wundern, dass das dabei herauskommt, was dabei herauskommt. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gerntke. – Nächste Rednerin ist die Abg. Kathi Walter für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Lieber Stefan Naas, in der Schule würde man sagen, das Thema verfehlt 6 und 6. Denn worum geht es hier heute? Die Grenzwaldbrücke muss erneuert werden, und wir reden über einen Staatsvertrag und den bekleideten Gesetzentwurf. Aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass dort auch wieder die restlichen Brücken in Rede stehen. Von daher nutze ich die Zeit und werde auch noch ein bisschen etwas zu unserem Engagement dazu sagen. Wir hatten diesen thematischen Vorstoß von der FDP schon mindestens dreimal. Ich erinnere mich an viele Einbringungen von der FDP zum selben Thema. Wir haben dem immer unsere Zahlen entgegengehalten. Das würde ich gerne auch heute tun. Das letzte grenzüberschreitende Vorhaben war der Ersatzneubau der Mainbrücke in Mainflingen. Grundsätzlich zum Brückenbau ist es so, dass es erheblichen Sanierungsbedarf gibt. Das liegt aber natürlich auch daran, dass Vorgängerregierungen es anders gehalten haben mit den Brückensanierungen. Wir stellen uns dem mit dem Programm Sanierung vor Neubau entgegen und haben z. B. am hessischen Abschnitt der A 7 verschiedene Sachen in Angriff genommen. Größere Vorhaben sind dort die Ersatzneubauten der Talbrücken Welkers, Tal Aubach und Götzenhof. Ansonsten schreiten die Ersatzneubauten der Talbrücken an der A 5 voran. Dort gibt es seit November Bauarbeiten an den Talbrücken Heubach, Volkersbach und Bächlingen-Bornbach. Im Dezember gab es die Verkehrsfreigabe für die Talbrücke Marbach. Allesamt sind das Großprojekte mit Kosten zwischen 30 und 106 Millionen €. Brücken sind eine wichtige Infrastruktur für uns, und die lassen wir uns auch etwas kosten. Auch im Netz der Bundes- und Landesstraßen, die nach wie vor durch uns verwaltet werden, erfolgen zahlreiche Sanierungsmaßnahmen und Ersatzneubauten an Brücken, wie die Verstärkung der Taubensteinbrücke an der B 49 in Wetzlar, statt die Überführung der B 519 über den Main bei Flörsheim und der Überführung der L 3027 über die Bahntrasse in Niedernhausen. Im Bauhaushalt für 2021 standen für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen insgesamt 378 Millionen € zur Verfügung, davon 200 Millionen € für die Bundesstraßen, 132 Millionen € für Landesstraßen und 44 Millionen € für Kreisstraßen. Bei den Bundesstraßen wurden zur Erhaltung rund 90 Millionen € ausgegeben, 15 Millionen € für den Erhalt von Bauwerken und 76 Millionen € für die Erhaltung von Fahrbahnen. Das muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen wollen, lieber Stefan Naas. Du hast heute einmal wieder bewiesen, dass dir das schwerfällt, was ich schade finde, weil du eigentlich ein kluger Mann bist. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Gelegenheit, unser Engagement in diesem Bereich noch einmal darzustellen, und freue mich ganz zum Schluss auch noch über die Planfeststellung für die RTW, weil das darüber hinaus auch ein ganz wichtiges Vorhaben ist, den Schienenring um Frankfurt und die Region Rhein-Main zu schließen und ein wichtiger Teilbereich für die Verkehrswende. – Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Walter. – Nächster Redner ist der Abg. Eckert, Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie vielleicht einmal das Verbindende bei den Brückenbauern, die jetzt alle reden, in den Blick nehmen und sagen, dass uns allen gute Infrastruktur wichtig ist und dass es dafür auch um Investitionen braucht, sei es in den Brücken, sei es aber auch im Landesstraßenbau und auch im Bereich der Schieneninfrastruktur. Wenn das der Konsens ist, sind wir schon einmal ein ganzes Stück weiter. Aber, meine Damen und Herren, wir haben in der Tat über die Brücke in Mainzlingen diskutiert, wir diskutieren über die Grenzwaldbrücke. Deswegen stimmt es, dass wir das Thema Brückenbau insbesondere in Hessen, auch darüber hinaus, aber auch in Hessen in den Fokus nehmen, weil insbesondere die Bundesautobahngesellschaft ja nicht umsonst Anfang des Jahres deutlich gemacht hat, dass eigentlich 25 % aller Autobahnbrücken in Deutschland in einem so maroden Zustand sind, dass sie dringend der Sanierung oder der Neubauten bedürfen. Meine Damen und Herren, damit zeigt sich, wie wichtig es ist, dass es eine bayerische Regionalpartei aus dem Bundesinnenverkehrsministerium draußen ist, dass wir uns tatsächlich diesen Erfordernissen in der Infrastruktur in ganz Deutschland widmen. Ich bin dabei, und deswegen gebe ich Kollegen Dr. Naas ausdrücklich recht, weil das ist die Frage, die uns in Hessen beschäftigt, Herr Minister. Er hat eben ein paar Beispiele zu Brücken genannt. Wir könnten den gesamten Bereich der Straßeninfrastruktur in Hessen im Landesstraßenbau in den Blick nehmen. Da kommt von Ihnen immer, wir geben so viel Geld aus wie noch nie und Ähnliches mehr. Aber die entscheidende Gretchenfrage ist, wie hoch ist denn eigentlich in Ihrer jetzt doch langen Regierungszeit der Anteil von schlechter und ganz schlechter Straßenqualität in Hessen verändert worden? Wo ist die Verbesserung? Ich weiß nicht, wie viele Kleine Anfragen ich dazu schon gedreht habe, Herr Minister. Es gibt immer Erklärungen, warum Sie darauf keine Antwort geben können. Das wäre die Gretchenfrage doch am Ende. Was hat sich verbessert, meine Damen und Herren, für die Infrastruktur in Hessen? Deswegen ist es richtig und notwendig, das hier auch zu thematisieren, meine Damen und Herren. Ich bin da sehr gespannt, ob wir irgendwann einmal eine Antwort bekommen, nicht nur über die Liste. Kollege Dr. Naas hatte das ja, wie viele Brücken sind in einem sehr schlechten Zustand, sondern insgesamt auf dem gesamten Bereich des Landesstraßennetzes, meine Damen und Herren. Ich bin auch sehr dabei, und das haben wir hier auch schon immer wieder deutlich gemacht, dass wir in dem Bereich, wenn wir die Doppik einigermaßen ernst nehmen, das ist ja immer irgendwie so auf Landesebene mal so, mal so, aber wenn wir sie ernst nehmen, dann muss diese Anzahl dessen, was ich an Infrastrukturvermögen habe, und die Summe dessen, was ich an Abschreibungen habe, irgendeine Konsequenz für die Investitionen durch das Land haben, meine Damen und Herren. Das wäre im Übrigen nachhaltig, wenn wir nachhaltig in diesen Bereich investieren. Ich will, wenn wir so ein bisschen an der Grundsatzdebatte sind, neben diesen zwei Grundsätzen auch noch einmal etwas ansprechen an dieser Stelle, weil wir jetzt immer sehr viele einzelne Staatsverträge in diesem Bereich der Brücken haben. Ich glaube, wir sollten uns auch in der vertieften Diskussion mit dem Thema Mobilität gerade im Ballungsraum noch einmal dahingehend unterhalten in der Frage, brauche es nicht eine Gesamtplanung, einen Gesamtrahmen für das Thema Mobilität, insbesondere im Bereich Frankfurt-Rhein-Main, weil die Lebenswirklichkeit der Menschen eben jenseits der hessischen Landesgrenzen beginnt und auch jenseits der hessischen Landesgrenze wieder aufhört. Und dort Mobilitätsplanung, Mobilitätsentwicklung voranzunehmen, das vielleicht auch mit einem Staatsvertrag, damit klar ist, wenn wir über den Bereich auch Entwicklung im ÖPNV und Ähnliches mehr reden, wer ist denn da eigentlich wie verantwortlich in den verschiedenen Bundesländern? Meine Damen und Herren, das wäre einmal ein Staatsvertrag, über den ich gerne hier auch mit Ihnen diskutieren wollen würde, damit wir insgesamt Mobilität auch voranbringen können. Alles in allem ist das in der Tat ein Staatsvertrag, wie wir ihn immer wieder haben. Ich habe den Punkt angesprochen, wo wir, glaube ich, über andere Staatsverträge und die Entwicklung von Mobilität diskutieren könnten. Die grundsätzlichen Anmerkungen seien mir bei dieser ausgiebigen Grundsatzdebatte auch gestattet gewesen zu sein. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Eckert. – Nächster Redner ist der Abg. Gagel für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten den Gesetzentwurf zum Planfeststellungsverfahren. Das meiste wurde von den Kollegen schon gesagt an Zahlen. Ich kann es auch für unsere Fraktion vorwegnehmen, dass wir natürlich dem Gesetzentwurf zustimmen. Mir fällt es jetzt natürlich schwierig, noch ein paar neue Fakten zu nennen, die Sie vielleicht überraschen. Deswegen will ich Ihnen vielleicht als erstes einmal das Bildchen zeigen, worüber reden wir denn heute? über diese schicke Brücke, 925 m lang, zumeist auf bayerischem Gebiet, immerhin an der höchsten Stelle 96 m hoch. Diese stellt die Salzbachtalbrücke natürlich locker in den Schatten, von der Dimension her. Wer sich einmal die Kosten von damals anschaut, hat sie damals 22 Millionen € D-Mark gekostet, also im Vergleich zu 225 Millionen € Neubaukosten heute, und stammt aus dem Jahr 1964. Da war der Baubeginn, und 1968 wurde sie dann fertiggestellt. Aber – das wurde von vielen Rednern schon gesagt – heute müssen wir leider den Stempel marode und baufällig draufdrücken. Marode und baufällig bedeutet natürlich nicht nur diese Brücke im schönen Bayern oder an der Grenze zu unserem schönen Land Hessen sind marode und baufällig, sondern wir haben natürlich ganz viele Brücken, die marode und baufällig sind. Herr Naas, Sie haben natürlich schon so wahnsinnig viele Zahlen genannt, sodass ich schon Schwierigkeiten habe, da noch weitere Zahlen zu nennen und kann vielleicht einmal ein bisschen weiter ausholen. Wenn wir uns ganz Deutschland betrachten, dann sind etwa 3.000 der insgesamt 27.000 Autobahnbrücken marode und dringend sanierungsbedürftig nach Angaben der Autobahn GmbH. Von den 4.000 Brücken – das wurde schon gesagt – sind etwa 400 in Hessen dringend sanierungsbedürftig. Wir haben etwa 2.000 Brücken an Bundesstraßen und etwa 2.000 Brücken an Landesstraßen. Ich denke einmal, das sanierungsbedürftige wird sich auch in etwa die Hälfte die Waage halten, sodass etwa 200 jeweils auf die Bundes- und Landesstraßen verteilt zusammenkommen. Wir haben jetzt kürzlich die Meldung gelesen, sämtliche Brücken der A 45 müssen erneuert werden. Das heißt also, dieses muss man sich auch vorstellen. Wer die A 45 kennt, weiß, sie geht durchs Mittelgebirge. Da gibt es ganz viele Brücken. Alle Brücken müssen innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre neu gebaut werden. Dies gibt uns natürlich eine Idee, wie viel zu wenig in den vergangenen Jahren in diese Infrastruktur investiert wurde. Meine Damen und Herren, der Grund ist natürlich die verfehlte Politik des letzten Jahrzehnts – oder man muss eigentlich fast mehr sagen – der letzten Jahrzehnte. Herr Dr. Naas, da muss ich leider auch die FDP mit ins Boot nehmen. Ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, dass Sie mit in der Regierung von 2009 bis 2014 gesessen haben. Da wäre es eigentlich entscheidend gewesen, diesen kommenden Mangel mit zu adressieren. Denn es ist nicht so, dass die alten Brücken, die in den 60er- und 70er-Jahren gebaut wurden, plötzlich in den 2010er-Jahren oder jetzt 2020 eine Überraschung ist, dass die 60 Jahre alt wurden. Die Vorhersage des Datums sollte auf der FDP noch irgendwie gelingen. Auch der Schwerlastverkehr, meine Damen und Herren von der FDP, der sich verändernde Verkehr, das ist auch keine Überraschung. Das konnte man anhand von Vorhersagen von Verkehrswissenschaftlern auch vorhersagen, dass der Verkehr sich verändert und sich selbstverständlich auch der Schwerlastverkehr verändert. Das heißt also, die Dimension der Brücken – das war eine absehbare Sache, dass die Dimension der Brücken in Hessen und natürlich auch in Deutschland viel zu gering dimensioniert wurde. Man muss einfach sagen, es ist Politikversagen auf breiter Front. Ich meine, wir leben in einem Land heute, in dem Gendersprache, Klimaschwindel und Migration einen höheren Stellenwert besitzen als eine intakte Infrastruktur. Es ist ganz klar, dass natürlich irgendwann einmal Zahltag kommt. Zahltag war mit der Sprengung der Salzbachtalbrücke sinngemäß als Symbol für die marode Infrastruktur in Deutschland. Dafür steht im Grunde genommen stellvertretend die maroden Brücken, die in Deutschland herumstehen und unter anderem auch in Hessen. Ich darf mich bedanken und habe bereits meine Zustimmung zum Gesetz signalisiert. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gagel. – Wir sind damit am Ende der Aussprache und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den WVA. – Ah!